Nach über drei Jahren Bauzeit ist die Ortsumgehung Hofgeismar fertig. Die Zeit der Spaziergänger auf der Straße ist vorbei. Schon vor der Eröffnung können Sie hier sehen, wo die 19 Millionen Euro geblieben sind. Erleben Sie im Zeitraffer eine Fahrt über die neue B83. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020